Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. In diesem ausführlichen Video teilen wir dir 5 wichtige Tipps zur Hundegesundheit mit, die jeder Hundebesitzer kennen sollte. Die Gesundheit deines Hundes liegt uns am Herzen und wir möchten dir dabei helfen, dass dein vierbeiniger Freund ein langes, gesundes und glückliches Leben führen kann. Nun, lass uns zu den wichtigen Tipps zur Hundegesundheit kommen, die jeder Hundebesitzer kennen sollte. Tipp Nummer 1 Sorge für eine ausgewogene Ernährung Eine gesunde Ernährung ist von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit deines Hundes. Achte darauf, dass sein Futter aus hochwertigen Zutaten besteht und alle notwendigen Nährstoffe enthält. Eine ausgewogene Ernährung hilft deinem Hund, ein starkes Immunsystem aufzubauen und ein gesundes Gewicht zu halten. Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass die Ernährungsbedürfnisse von Hunden je nach Alter, Rasse und individuellen Gegebenheiten variieren können. Frage daher immer deinen Tierarzt nach der besten Ernährungsstrategie für deinen Hund. Tipp Nummer 2 Gib deinem Hund ausreichend Bewegung Regelmäßige körperliche Aktivität ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden deines Hundes unerlässlich. Gehe täglich spazieren, spiele im Garten oder suche nach anderen Aktivitäten, die deinem Hund Freude bereiten. Die richtige Menge an Bewegung hängt von der Rasse, dem Alter und dem Gesundheitszustand deines Hundes ab. Es ist wichtig, dass du die Bedürfnisse deines Hundes berücksichtigst und gegebenenfalls Rücksprache mit einem Tierarzt hältst, um eine angemessene Trainingsroutine festzulegen. Tipp Nummer 3 Achte auf die Zahngesundheit deines Hundes Zahnpflege ist oft vernachlässigt, aber äußerst wichtig. Bürste regelmäßig die Zähne deines Hundes, verwende spezielle Hundezahnpasta und achte auf Anzeichen von Zahnproblemen wie Zahnsteinbildung oder Zahnflöscherkrankungen. Eine gute Zahngesundheit trägt nicht nur zum Wohlbefinden deines Hundes bei, sondern kann auch das Risiko von schwerwiegenden Erkrankungen wie Herzerkrankungen reduzieren. Wir möchten jedoch betonen, dass nicht alle Hunde die gleiche Zahnpflege benötigen. Manche Hunde benötigen möglicherweise zusätzliche zahnärztliche Behandlungen. Konsultiere daher immer einen Tierarzt für spezifische Empfehlungen zur Zahnpflege für deinen Hund. Tipp Nummer 4 Schütze deinen Hund vor Parasiten Parasiten wie Flöhe, Zecken und Würmer können die Gesundheit deines Hundes gefährden. Verwende geeignete Schutzmittel, um deinen Hund vor Parasitenbefall zu schützen. Achte auch darauf, seine Umgebung sauber zu halten, um das Risiko von Parasiten zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass verschiedene Hunde unterschiedliche Empfindlichkeiten gegenüber Parasiten haben können. Daher ist es ratsam, mit einem Tierarzt zu sprechen, um die beste Präventionsstrategie für deinen Hund zu ermitteln. Tipp Nummer 5 Lass deinen Hund regelmäßig vom Tierarzt untersuchen Regelmäßige Tierarztbesuche sind entscheidend, um die Gesundheit deines Hundes zu überwachen. Der Tierarzt kann frühzeitig potenzielle Gesundheitsprobleme erkennen und entsprechende Behandlungen oder Präventionsmaßnahmen empfehlen. Vergiss nicht, die Impfungen deines Hundes auf dem neuesten Stand zu halten. Wir möchten jedoch betonen, dass wir keine Tierärzte sind und die Empfehlung eines Tierarztes unerlässlich ist, um die individuellen Bedürfnisse deines Hundes zu verstehen und geeignete medizinische Maßnahmen zu ergreifen. Das waren unsere 5 wichtigen Tipps zur Hundegesundheit, die jeder Hundebesitzer kennen sollte. Wir möchten noch einmal betonen, dass wir keine Tierärzte sind und die Informationen in diesem Video auf allgemeinen Kenntnissen basieren. Im Zweifelsfall solltest du immer einen Tierarzt konsultieren, um die beste Versorgung für deinen Hund zu gewährleisten. Die Gesundheit deines Hundes ist ein kostbares Gut und durch eine bewusste Ernährung, ausreichend Bewegung, gute Zahnpflege, Parasitenschutz und regelmäßige Tierarztbesuche kannst du einen wichtigen Beitrag zur Förderung seiner Gesundheit leisten. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video!